Tempo, Tempo, rein, rein, rein! Hey, hey, hey! Du kannst nicht hier spielen, wenn das nicht klick macht. Die Hamburg Towers, das ist eines der aufregendsten Sportprojekte aktuell in ganz Deutschland. Wir erwarten, dass ihr euch nicht Geld verdient oder was anderes. Weil wir nicht Geld haben. Es ist einfach sehr, sehr schwer. Wir sind halt in Deutschland. König Fußball regiert halt alles. Wo steht man dann zwischen, die Hamburg Towers müssen die Playoffs erreichen? Und unser wichtiges Projekt ist, Louis weiterzuentwickeln. Er ist halt ein Manager von einem Profiteam. Von daher hat er natürlich auch sein eigenes Interesse. Wenn die Towers draufsteigen würden, das wäre auf jeden Fall ein großer Punkt pro Hamburg. Dahin, dahin, dahin! Lenny! Schau mal ganz kurz. Hey! Wer ist scheiß Point Guard? Habe ich dir jetzt drei Tage in Folge, sage ich dir das jetzt? Wieso hat Eber auf den Ball? Ich gebe Centern nie den Ball. Nie! Ich weiß, dass alle in dieser Raum haben die Mentalität, um zu stark sein zu sein. Let's go! Go! Wir müssen zusammenstehen. Und es wird ein Team-Win sein. Auf den Boden! Auf den Boden! Auf den Boden! Ja! Auf den Boden! 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 Ich bin bei diesen ganzen Computersachen überhaupt nicht so betraut, weißt du? Was ist jetzt los hier? Man kann mich ja sogar hören, ist ja peinlich. Wir haben!